Neben mir habe ich Rolf Becker, der zu Esther Bejarano erzählen wird, die leider am 10.07.2021 uns verlassen hat. Rolf Becker ist Schauspieler und Gewerkschafter und 2016 hielt er eine Laudatio auf Esther Bejarano bei der Verleihung des Preises für Solidarität und Menschenwürde durch das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde. Er war auf vielen Rosa-Luxemburg-Konferenzen und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Ich übergebe. Danke für die freundliche Begrüßung, für meinen Beitrag Esther Bejarano. Gedenken ohne Wenn und Aber. Dank vorab allen Veranstaltenden, allen Mitarbeitenden hier, dank euch an dem Bildschirm, dass ich mich hier heute äußern darf, verbunden mit besten Wünschen für ein gutes und friedliches 2022. Vorab, bevor wir über Esther sprechen, lasst mich wiedergeben, was sie uns wiederholt gesagt hat zur Geschichte der Bundesrepublik. Ich zitiere aus ihrer Ansprache vom 27. Januar 2020. Plötzlich gab es keine Nazis mehr, damals, 1945. Alle waren verschwunden. Uns aber hat Auschwitz nicht verlassen. Die Gesichter der Todgeweihten, die in die Gaskammern getrieben wurden. Die Gerüche blieben. Die Bilder. Immer den Tod vor Augen. Die Albträume in den Nächten. Wir haben das große Schweigen, Verschweigen nach 1945 erlebt. Wir erlebten, wie Nazi-Verbrecher davonkommen konnten. Als Richter, Lehrer, Beamte im Staatsapparat in der Regierung Adenauer. Wir lernten schnell. Die Nazis waren gar nicht weg. Die Menschen trauerten um Verlorenes, um geliebte Menschen, um geliebte Orte. Wer aber dachte über die Ursachen dieser Verluste nach? Wer fragte, warum Häuser, Städte, ganze Landstriche verwüstet und zerstört waren? Überall in Europa. Wen machten sie verantwortlich für Hunger, Not und Tod? Dann brach die Eiszeit herein, der Kalte Krieg, der Antikommunismus. Es war ein langer Weg vom kollektiven Beschweigen bis zum Eichmann-Prozess in Jerusalem, über die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt am Main, zu den Studentenprotesten in den 1968er Jahren, hin zur Fernsehserie Holocaust ab 1979. Sehr zögerlich entwickelte sich das Bewusstsein, die Wahrnehmung des NS-Unrechts. Aber auch die Rechten, die Alt- und Neonazis, die Auschwitz-Leugner formierten sich. Sonntagsreden, die Betroffenheit zeigen, reichen da nicht. Betroffenheit muss zum Handeln führen. Es muss gestritten werden für eine andere, bessere Gesellschaft, ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus, Antiziganismus, ohne Ausländerhass. Nicht nur an Gedenktagen. Dass Auschwitz nie wieder sei. Dass dieses Land sich ändern muss. Soweit Esther. Nicht zurückweichen. Esther hat das vorgelebt. Täglich, beharrlich und unnachgiebig. Trotz Wasserwerfern, trotz Stiefeltritten, trotz aller Denunziation. Auftritte, um uns Nachkommende und uns wiederum Nachkommende aufzuklären über angeblich Vergangenes. Auftritte über Auftritte. Singend, argumentierend, lächelnd, traurig, zornig. Um darauf hinzuweisen, dass sich bei zunehmendem gesellschaftlichen Druck, der sich jetzt hier verstärkt, erneut Unsagbares ereignen kann. Auch ohne, dass Rauch aus Verbrennungsöfen aufsteigt. Wieder und wieder hat Esther Bischarano darauf hingewiesen, dass unsere Aussagen nur glaubhaft werden können, wenn wir aktiv für sie eintreten. Uns beteiligen an Konflikten, ob im Lande oder außerhalb. Wäre auch etlichen Mitgliedern nicht nur einer Partei zu sagen. Teilzunehmen bei Anstreiks, beim Wohnungsproblem, Obdachlosigkeit, sozialer und medizinischer Versorgung für jeden Menschen, ob mit oder ohne Papiere, ohne Ansehen der Person und des Versicherungsstatus, bei rassistischen und antisemitischen Vorfällen in den Sicherheitsbehörden, Polizeiwillkür, den Morden an Uri Jalloh und Burak Bektasch, beim Umgang mit Romau und Sinti in der Flüchtlingsfrage, die Toten im Mittelmeer, beim Protest gegen den mehr als 60-jährigen Boykott Kubas, im Widerstand gegen fortschreitende Aufrüstung und Rüstungsexporte, die Kriegsvorbereitungen gegen Russland und China, die sie bis in die letzten Tage vor ihrem Tod beschäftigt haben, gegen jeden Ansatz von Nationalismus, Rassismus, Faschismus. Zitat Esther, wir müssen mehr erinnern, nicht weniger, unterschiedliche Erfahrungen sichtbar machen. Ich appelliere an alle Menschen, bitte, bitte schweigt nicht, wenn Unrecht geschieht. Streitet für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus und Rassismus. Bleibt erschütterbar, da zitiert sie Peter Rümkopf, den Poeten. Bleibt erschütterbar und widersteht. Seid solidarisch. Helft einander. Achtet auf die Schwächsten. Bleibt gutig. Ich vertraue auf die Jugend. Ich vertraue auf euch. Es war Esther zuwider, wenn Teile ihres Anliegens unbeachtet ausgespart, unausgesprochen blieben und damit unterschlagen wurde und verfälscht, woran ihr gelegen war. Ich zitiere aus ihrem Brief vom 25. November 2019, also gute zwei Jahre, liegt der Brief zurück, an Olaf Scholz, damals noch Bundesminister der Finanzen, als der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und dem Bund der Antifaschisten, BDA, die Gemeinnützigkeit entzogen werden sollte. Da schreibt sie, Herr Scholz, das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus. Wir Überlebende der Schoah sind unbequeme Mahner. Wir haben unsere Hoffnung auf eine bessere und friedliche Welt nicht verloren. In den vergangenen Jahrzehnten habe ich viele Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Mein zweites Bundesverdienstkreuz, das große, haben Sie mir 2012 persönlich überreicht. Wer aber Medaillen an Schoah-Überlebende vergibt, übernimmt damit auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung für das Gemeinsame nie wieder. Wir Überlebenden haben einen Auftrag zu erfüllen, der uns von den Millionen in den Konzentrationslagern und Nazi-Gefängnissen dort ermordeten, gequälten, erteilt wurde. Also es ist so, dass ich eigentlich eine glühende Zionistin war, weil ich mir unter dem Zionismus was anderes vorgestellt habe. Und nicht nur ich, sondern wir alle, die wir gehofft haben auf das Land, in das wir mal auswandern werden, wenn es möglich wird. Dass ja damals noch gar kein jüdischer Staat war, sondern ein britisches Mandatsgebiet, von dem man noch gar nicht wusste, ob es sich in einen jüdischen Staat umwandeln wird. Genau, aber die Hoffnung war da. Wir wollten dort leben, in einem Land, aber zusammen mit den Palästinensern. Zusammen mit den Menschen, die auch schon lange dort gelebt haben. Also für mich war der Zionismus etwas, was eine große Hoffnung war. Und wir wirklich wollten auch das Land aufbauen, mit den Palästinensern gemeinsam. Sehr Wichtiges angesprochen. Das Konkrete im umstrittenen Fragenbereich Israel-Palästina. Dazu nochmals ein Zitat von Esther niedergeschrieben, vom 4. November 2017. Was Adolf Hitler und die Nationalsozialisten dem jüdischen Volk angetan haben. Vernichtung von 6 Millionen Juden, Holocaust, darf nicht die Rechtfertigung Israels für die Diskriminierung des palästinensischen Volkes sein. Es ist uns ganz besonders wichtig, dass Menschen in Deutschland, Menschen, in denen ein menschliches Herz pocht, endlich erkennen, dass Kritik an der Politik Israels kein Antisemitismus ist. Ich habe nicht das Vernichtungslager Auschwitz, das KZ Ravensbrück und den Todesmarsch überlebt, um von sogenannten Antideutschen und Konsorten als Antisemiten beschimpft zu werden. Hier dürfte es, denke ich, von einigen der uns per Video zugeschalteten Widerspruch geben. Leider für uns hier im Studio nicht wahrnehmbar. Wohl aber, und darauf möchte ich gerne zusprechen kommen, bei einer in Hamburg für den 5. Februar angesetzten und dann abgesagten Martinet im sogenannten Politbüro, nicht Politbüro, sondern Polit, nach Lisa Polit so benannt, einem kleinen Theater am Steindamm. Ein Vorfall, der herausfordert zur öffentlichen Stellungnahme. Für diese Veranstaltung, einer Veranstaltung zu Themen, die mit dem Israel-Palästina-Konflikt überhaupt nichts zu tun haben, da wurde von der Theaterleitung zur Bedingung gemacht, dass Norman Pech, ich denke euch allen bekannt, aufgrund seiner zahlreichen Stellungnahmen als Völkerrechtler, Norman Pech war als Referent vorgesehen, es wurde zur Bedingung gemacht, dass Norman Pech wieder ausgeladen wird. Wegen seiner wiederholten Kritik an der Regierung Israels dürfe er als Antisemit die Bühne des Theaters nicht betreten. Solidarität mit Norman hatte daraufhin die Verlegung der Veranstaltung ins Hamburger Rathaus zur Folge. Übrigens dank der Hamburger Linken. Ich frage mich, ob es in Berlin auch so hätte laufen können oder in Thüringen. Ich denke, wir sind hier an einem entscheidenden Problem, das Die Linke betrifft, das aber hineinreicht in Organisationen bis hin zur VVN. Ich hoffe nicht in diese Redaktion. Norman hätte sich auch verlassen können auf die Solidarität von Esther, wie vor wenigen Jahren, als sie bei einem vergleichbaren Anlass öffentlicher Denunziation in einem mit mir zusammen verfassten Brief, offenem Brief, Mosche Zuckermann zitierte. Wer meint, den Antisemitismus bekämpfen zu sollen, vermeide es vor allem Israel, Judentum und Zionismus mit den Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik wahllos in seinen deutschen Eintopf zu werfen, um es je nach Lage opportunistisch zu verkochen und demagogisch einzusetzen. Und weiter zum Schluss mit Esthers Worten Solidarität mit allen unschuldig Verfolgten und Benachteiligen. Auch etwas wie Mitverantwortlichkeit für das, was Juden in Israel den Palästinensern und anderen Arabern eintun. Auch für das, was sie in aller Stimme, in aller Stille jenen Juden antun, zu denen sie zählen, die dagegen kämpfen und protestieren. Esther Bejarano, meine große Schwester, ich bleibe ihr kleiner Bruder, man mag uns vorwerfen, sie auf ihr politisches Engagement zu reduzieren. Fällt uns aber gar nicht ein. Unvergesslich der offene, zugleich kritische Blick ihrer liebevoll-wachsamen Augen, ihr offenherziger Umgang mit uns, vor allem mit Jugendlichen, in denen sie ihre Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft in einer lebenswerten und friedlichen Welt setzte. Ihre Lieder, ihre wunderbare Stimme. Um zu bewahren, was sie uns war, sollten wir aber all jenen entgegentreten, die ihr menschliches Engagement von ihrem politischen abzutrennen versuchen. Ich fürchte, das gilt auch für uns, droht uns hier in der Bundesrepublik, wenn die Einschränkungen der Rede- und Denkverbote, wenn die zunehmen. Präsente. Esther, du bleibst bei uns. Und eines Morgens in aller Frühe Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Und eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Diese Blumen, so sagen alle, Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Diese Blumen, so sagen alle, der für unsere Freiheit starrt. Ist die Blumen des Partisanen, der für unsere Freiheit starrt.